I'm never gonna know what it feels like to be normal, I'm alone in this cold light And I've been going up on the stars in the night time I came back to the earth trying to get mine But I'm still trying to get to where I gotta be And now I'm feeling so close to that little dream It's killing me so, I'ma go escape it So Leute, ja, kurz und knapp Jetzt mal der allererste Vlog Würde ich sagen, der gemacht worden ist mit der Canon, mit der großen Das hat vieles, hat einige Gründe, warum ich das jetzt mache Weil ich auch gerne mal mit der Canon filmen möchte Zum anderen, weil die GoPro zwar gut ist dafür Aber ich habe festgestellt, dass viele Vlogs, die ich in letzter Zeit gemacht habe Dann doch relativ, ja, an einigen Stellen haken immer so ein bisschen Das liegt einfach an meiner Speicherkarte Dass die Speicherkarte zu langsam ist Das heißt, die Schreibgeschwindigkeit ist nicht ideal für die GoPro Das heißt, ich muss mir in nächster Zeit erstmal eine neue Speicherkarte holen für die GoPro Und ich muss mir auch eine neue holen für die Canon hier Ich habe nämlich hier nur eine 16 GB drin Und ja, was ich noch sagen wollte Dass sich alle Videos um exakt eine Woche nach hinten verschieben Sprich, es kommt nur noch ein Video pro Woche Das finde ich ehrlich gesagt für meinen Stand der Dinge Standpunkt Beziehungsweise mein Dasein auf YouTube Dafür finde ich das einfach ausreichend, ein Video im Moment pro Woche Wenn Gaming wieder dazu kommt, kommt Gaming und ein Vlog halt in der Woche Aber im Moment, solange nur Vlogs sind, kommt ein Video pro Woche Ich meine, ich habe auch in einem Video gesagt Das seht ihr dann aber Das bin ich nicht lügen, dann habe ich das jetzt gemacht Am 30. April Das heißt Noch über einen ganzen Monat In diesem Video habe ich gesagt Dass wir heute den 17. April haben Und ihr das Video in einem Monat seht Sprich am 17. Mai Das verfällt jetzt aber Das wollte ich noch kurz erwähnen So ein bisschen Ja, das wie gesagt Jetzt nur dazu Und ja Dann werden wir jetzt in der nächsten Zeit Weiter filmen werde ich für euch Ich werde mal nochmal wieder Kart fahren gehen Auch Ich werde mal einen alten Flugplatz der Royal Air Force besuchen Und ja Das alles seht ihr dann In geraumer Zeit Es kommen noch einige Videos vorher Und ja Ihr seht jetzt dieses Video erstmal Als allererstes Obwohl gar nicht warm Morgen auf 22. April Kommt auch ein Vlog Und deswegen seht ihr dieses Video Jetzt hier wahrscheinlich Moment Lasst mich lügen Am Sonntag Jetzt muss ich gerade mal aufs Datum gucken Halt Maus Also am 24. seht ihr Diesen kleinen Vlog hier Am 24. ich sitze hier zu Hause Wie ihr sehen könnt Und ja Ich sitze am 24.4. dieses Video Und das war es eigentlich Über was ich so ein bisschen ankündigen wollte Ein bisschen sagen wollte Ich gucke immer auf den Bildschirm Es ist verlockend Ich sollte mir den mal so wegdrehen So kann ich wenigstens hier auf den Bildschirm gucken Ja Wie gesagt Ihr seht es am 24. Entschuldigung Und das war es auch Was ich ankündigen wollte Was ich sagen wollte Bis auf die Sache Die ich vergessen habe Aber Egal War anscheinend nicht so wichtig Jetzt seht ihr erstmal Ein paar Outtakes noch Und dann war es das wieder Von mir Bis zum nächsten Mal Und Ja Was ich auch noch sagen wollte Ist Dass Ähm Fuck 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 Ich hab's vergessen Das kann doch nicht sein Ich hab's gerade noch War zu mir Egal So Ich hab's gerade noch Ich hab's gerade noch Ich hab's gerade noch